Ihr Lieben, heute gibt es Guyana hier an meiner Bar und ich bin sehr gespannt. Lidl hat eine ganze Rum-Serie rausgebracht, verpasst die auf keinen Fall. Ich habe sie komplett hier demnächst auf meinem Kanal. Ein paar Videos sind schon online. Und heute kommt, wie gesagt, Guyana dazu. Ich bin sehr gespannt. Hier steht er schon, aber erstmal kommt das Intro. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Rum aus Guyana. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Denn Guyana, da hat sich schon die British Royal Navy bedient. Denn er ist sehr schmackhaft, dieser Rum. Sehr würzig. Er bringt also eine gewisse Stammwürze mit und macht tatsächlich Spaß. Und Guyana, das Land, hieß ursprünglich übrigens anders. Es hieß Demerara. Ihr kennt vielleicht den Demerara-Zucker, der am Demerara-Fluss wächst. Und der verleiht halt tatsächlich dem Rum auch, der von dieser Insel kommt, den typisch regionalen Geschmack. Ich bin sehr gespannt, inwiefern ein Lidl-Supermarkt rum für gerade mal zwischen 14 und 18 Euro mitkommt und wie er Repräsentant seiner Insel und überhaupt des kompletten Landes sein kann. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und vorher schauen wir uns aber nochmal die Flasche On Detail an. Und da haben wir genau wie bei jeder Ron-Bengalo-Flasche das gleiche Design. Also man hat immer diese farbige Flasche und immer die gleiche Aufschrift, also zumindest im gleichen Design. Was halt der Unterschied ist bei jeder Flasche, ist das rechts das jeweilige Land steht, aus dem das Ganze kommt. Und dann die Koordinaten des Landes dort drauf gedruckt sind. Und links sehen wir wie immer den Ron-Bengalo-Tiger. Ich nehme an, dass es ein bengalischer Tiger ist. Und die Überschrift Ron-Bengalo ist immer gleich geschrieben. Aber hier, und das ist halt maßgeblich für die Flasche aus Guyana, ist das Ganze in grüner Schrift auf weißer Flasche. Es gibt eine schwarze Flasche, es gibt eine gelbe Flasche, es gibt eine blaue Flasche, es gibt eine türkise Flasche, diese weiße Flasche und bestimmt noch andere. Ich glaube eine rote habe ich auch gesehen. Wir gehen sie alle nacheinander durch. Barbados und Jamaica gibt es ja bereits auf diesem Kanal, in dem Moment, wo dieses Video hier rauskommt. Also verpasst nicht die Playlist der Ron-Bengalo-Rums. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Rum mithalten kann mit sonstigen Rums aus Guyana. Es gibt da ja große Hersteller, also große Marken und unter anderem zum Beispiel den Eldorado, der aus Guyana kommt, der richtig Power, der richtig Pepp hat. Auf Guyana gibt es eine einzige Destille, die Demerara Destillery Limited, die dort herstellt. Und hatte ich schon erzählt, Demerara hieß ursprünglich auch die Insel. Guyana wurde sie erst durch die Besatzungsmächte umbenannt oder als Guyana wurde sie von denen erst benannt. Und ursprünglich hieß sie Demerara, also die Einheimischen nennen die Insel Demerara oder Nanten wahrscheinlich mittlerweile. Ich habe den Rum hier schon eingeschenkt, damit er die Gelegenheit hat, etwas zu atmen und sich mit dem Sauerstoff auszutauschen. Und ich muss sagen, was ich hier im Glas habe, ist doch sehr hell, um es mal beim Namen zu nennen. Also wir haben hier, ich kann es mal auf die vordere Kamera bringen hier, wir haben hier einen Rum. Der hat vielleicht mal, der hat vielleicht mal am Holz geleckt. Also vielleicht ist er einmal durch den Holz fast durchgeflossen, durchgepumpt worden oder so. Aber sehr viel mehr ist da, glaube ich, an Lagerungen nicht passiert. Es sei denn, er ist anschließend nochmal irgendwie gefiltert worden. Aber das glaube ich eher nicht. Dann wäre er wieder komplett weiß. Das nehme ich schon an. Also der hier ist doch sehr hell und hat also nicht lange, wenn überhaupt, ein Fass gesehen, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was den Geruch angeht trotzdem. Und dafür komme ich wieder auf die vordere Kamera. Ich bin gespannt. Ja, er bringt auf jeden Fall so einen Ester-haltigen, pfeffrigen Geruch mit. Ich habe ein ganz bisschen Vanille hier dabei. Und das Ganze wird aber eher getragen durch Mango und Zitrusfrüchte. Also wie eine Zitrone. Aber eine vollreife Zitrone. Vielleicht sogar eher Mandarine, Mandarinen-Schale. Riecht ganz peppig. Riecht ganz lecker. Ist jetzt aber auch nicht so der Mega-Überflieger, was die Aromen angeht. Aber er ist gut da. Also er ist gut präsent im Glas. Ein bisschen Holz rieche ich tatsächlich auch. Habe ich so einen Eindruck? Ja, das ist es dann aber auch. Also mehr passiert da nicht. Aber der ist vom Aroma, vom Geruch her, ist der schon ganz gut. Auf jeden Fall. Kann man mal machen. Kann man mal riechen. Ihr Lieben, ich bin gespannt, wie ihr schmeckt. Prost. Und da passiert ehrlich gesagt nicht so viel. Also wir haben hier eine gewisse Holzigkeit tatsächlich. So eine Bittermandelnote im Abgang. Er ist relativ trocken. Zu Anfang, wenn er in den Mund kommt, passiert aber tatsächlich nicht wirklich viel. Eher die Bitterkeit ist dann so das Highlight. Davor ist vielleicht ein bisschen Mandarinen-Schale, vollreife Mandarine, aber nicht süß, sondern nur so die Idee, das Aroma sozusagen, das Aroma im Geschmack von Orange. Also ich würde sagen, der ist gut zum Mischen. Er wird dem Cocktail einen alkoholischen Pep verleihen. Und dafür hat er, glaube ich, den richtigen Preis. Und vor allen Dingen sieht die Flasche dann super auf dem Tisch aus. Von daher kann man das machen. Ansonsten als Vertreter des Landes Guiana. Er kommt aus Guiana. Okay. Aber das ist, glaube ich, dann auch schon alles. Das ist nicht der beste Ron Bengalo, den ich getrunken habe bisher. Wir haben ja noch ein paar. Verpasst nicht die Playliste. Ich bin da auf jeden Fall gespannt auch auf eure Kommentare. Und habt ihr eventuell auch irgendwie schon einen Ron Bengalo getrunken, dann schreibt das mal auch in die Kommentare. Lasst uns darüber schreiben. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Teilt dieses Video mit den Freunden und kommentiert, wie gesagt, gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, nüchtern bleiben. Prost. Prost.